Hallo und Servatikapia. Wir sitzen hier in der Lobby, gerade gefrühstückt und wir warten, wir warten nicht auf den Weihnachtsmann, wir warten auf das Taxi, das uns zum Hafen bringt für unsere Bootstour. Wir sind jetzt am Hafen angekommen, es war dann eine Fahrt durch die Vergo Serpentin, um die Kurven, ist hier gefahren wie ein Formelanfahrer. Gehen wir mal zum Boot. Ja, und das ist das Boot. Da passen reichlich Leute drauf. Da sind sie schon reichlich drauf. Ja, das Boot ist rappelvoll auf zwei Etagen. Ja, die waren doch schon bei dir. Zwei Etagen rappelvoll. Ja, Hansi, am Morgen das erste Bier hat geschmeckt, ne? Ja, es schmeckt wunderbar. Das erste Bier schmeckt immer gut. Und der zehnte? Ja, wir fahren jetzt anderthalb schon mit dem Boot raus. Das tut es in der Insel. Ja. 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 Wir nähern uns den ersten Stopp, können nicht an Land, wir bleiben auf dem Boot und gehen also nur schnorcheln. Wahrscheinlich zu dieser Insel oder mal gucken wo. Ja, dann die zunächst eine Insel, da kann man also vom Boot aus an Land schwimmen. Ja, da werde ich versuche ich dann meine Drohne mitzunehmen. Okay! K awaiting! Ja, da sind so gut! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020